Hallo, heute zeige ich euch, wie ich meine Foundation so mache, weil ich sowieso gleich weggehe und es ein bisschen schnell gehen muss. Lasse ich euch einfach mal so ein bisschen teilhaben, wie ich mich so fertig mache. So, ich habe jetzt nichts auf dem Gesicht, habe mein Gesicht gereinigt, habe halt meine Flüchtigkeitscreme drauf gemacht. Und jetzt fange ich auch gleich an mit meinem Concealer. Das ist der hier von Essence. Den trage ich lediglich immer mit dem Pinsel auf und weil ich da einfach sauberer mir den Concealer auftragen kann. Na, jetzt nehme ich gerade die braune Seite, verdecke meine Unreinheiten. Ich bin heute Morgen gar nicht aus dem Bett gekommen. Und jetzt muss ich mich halt beeilen. Ich wurde halt gefragt, wie ich den Concealer auftrage. Ob mit den Fingern oder mit dem Pinsel und immer mit dem Pinsel. Da kann ich einfach besser arbeiten mit. So, ein bisschen großflächig. Jetzt noch ein paar Rötungen abdecken mit dem Blauen. Bei mir hat sich so eine Routine dadurch entwickelt, dass ich, ähm, ich nehme ja immer diesen Concealer, ne. Und, ähm, ich muss schon gar nicht mehr hingucken, welche Farben ich nehme. Weil ich schon genau weiß, welche Farben, äh, wo sind und muss halt nicht mehr hingucken. Viele finden das halt so umständlich, weil es drei Farben hat. Und, ähm, wie deshalb den hier nicht benutzen. Ich kann nur sagen, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist das... Man weiß genau, wo welche Farben sind. Das ist dann kein Problem mehr. So, Augenschatten. Wichtig, nicht reiben, sondern tupfen. So. Und jetzt tupfe ich das immer noch ein bisschen mit dem Finger ein. So. Andere Seite. Also ich finde, dieser Concealer deckt sehr gut die Augenschatten ab. Also hier, ihr könnt sehen, die sind jetzt schon fast weg. So. Wieder ein bisschen topfen. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem Make-Up. Das ist mein Essence Mineral Puder. Und das tue ich ein bisschen in meinen Deckel. Noch ein bisschen. So, dann habe ich hier was drin. Und das nehme ich jetzt einfach mit meiner Kabuki auf. Und reibe das schön ein. Von Make-Ups kriege ich einfach total die Pickel. Das vertrage ich gar nicht, weil die meistens so ölhaltig sind. Und deshalb bin ich schon seit einem Jahr ungefähr auf das Mineral Make-Up umgestiegen. Und ich muss sagen, das ist klasse. Ich merke das den Tag über gar nicht auf dem Gesicht. Das ist einfach so leicht. Und, ähm... Also, beim Make-Up habe ich immer das Gefühl, ich bin so zugekleistert und mein Gesicht fühlt sich so fettig an. Was ich auch immer mache, das ist ein bisschen die Ohren einpudern, weil durch die Heizungsluft und durch das Warme, das Kalte, werden die Ohren schnell rot. Und dann denke ich mal, man ist so überhetzt. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Make-Up. Jetzt nehme ich noch ein bisschen von einem hellen Puder. Und gebe das einfach unter meine Augen, so ein bisschen. Das Kinn ein bisschen drauf tun, auf die Nase, ein bisschen auf die Stirn. Und, ähm... Somit schattiere ich so ein bisschen auch mein Gesicht. So, einfach nur ein bisschen verblenden. Die Augen wirken dann schon ein bisschen heller und... Ja. Gut, jetzt kommen wir zu meinem Blush. Äh, da verwende ich dieses hier von P2. Na? Das heißt Sweet Rose. Hier mein, 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 ähm... Pinsel von Zoeva 125er. Nehme ich ein bisschen was auf und tue ein bisschen meine Wangenknochen damit schattieren. So. So. Und jetzt kommt mein Basic, äh, Blush. Der ist heller. Und der kommt jetzt über dem schattierten. So. Und jetzt kommt noch, ups, mein Highlighter. So. Über dem Blush. Auf die Nase. Aufs Kinn. Wow, ich bin halt richtig schnell. Und hier so ein bisschen... So. Jetzt kommt nur noch die Augenbrauen. Ich mach mir in der Zeit schon mal ein bisschen, äh, Labello drauf. Der ist ganz toll. Der gibt so einen Glanz. Hier, Lip Gloss. So. Und jetzt kommen meine Augenbrauen. Mein Augenbrauen-Style-Set. Oh Mann, oh Mann. Ich bin heute ein bisschen verplant. Und ein bisschen hektisch. Ja, das trage ich mit meinem Pensel auf. Tue vorher meine Augenbrauen ein bisschen bürsten. Ups. So. Und dann nehme ich das Dunkle auf. Mach so ein bisschen die Form von meinen Augenbrauen nach. Und fülle halt so ein bisschen die Lücken, die ich in den Augenbrauen hab. Und das geht mit diesem Augenbrauen-Styling-Set ganz gut. Und das geht mit diesem Augenbrauen-Styling-Set ganz gut. Ja. Und jetzt nehme ich den helleren Ton und fülle meine Augenbrauen so ein bisschen. Und jetzt noch mal ein bisschen überschüssigem abpudern. So. Jetzt ist mir mein Pensel abgebrochen. Heute ist nicht mein Tag. Guckt mal. Das muss ich nachher mit Heißkleber festkleben. So. Und jetzt einfach nur Augenbrauen-Gel. So. Und die auch halten. So. Und das war's mit meiner Foundation und mit meinen Augenbrauen und mit meinem Ruf. Und im zweiten Teil zeige ich euch, wie ich meine Augen heute schminken werde. Also bis gleich. Tschüss.